So, es ist jetzt halb acht. Ne, unser Bus soll um halb acht kommen. Auf jeden Fall extrem früh und wir gehen zu Cat Bar Island, was halt in der Nähe von Harlong Bay ist. Aber Harlong Bay ist halt mehr überlaufen, Cat Bar Island soll, glaube ich, nicht zu überlaufen sein. Mal schauen. So, wir sind jetzt an so einem Hafen angekommen und warten auf unser Speedboot, damit wir jetzt zu Cat Bar Island kommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mega cool.